Morgen, ihr kleinen Wanderpop, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FLOG. Wir sind heute auf dem Weg in die SLS. Ich wollte irgendwas mit Arena sein. Wir gehen heute zu einem schönen Hotel, wo eine kleine Party stattfindet. Da sind wir mal... Bis deppert, das würde hier fast erstuppen. Wir mussten auch unseren kleinen Room wechseln. Da haben wir jetzt einen cleaneren Room. Wobei eigentlich nicht cleaner, aber geiler. Jetzt hat jeder ein einzelnes Bett. Einerseits natürlich schade, andererseits natürlich auch schön. Gucken wir mal, was der Tag so bringt. Ich nehme euch kleinere Bauten mit und dann gehen wir jetzt mal raus. Bis deppert. Also was hier auch für KFZs rumfahren in Miami Beach ist wirklich der Hammer. Ich als jemand, der keinen Lappen hat, denke mir dann, ich kann nur träumen. Boah, schön. Also nichts. Was labere ich hier wieder? Wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Poolparty. Bin ganz gespannt, was das wird. Mal gucken, was geht. Ich nehme euch ja mit. Das ist ja das Schöne. Bis deppert. Mission filed. Wir sind jetzt einfach mal ins SLS Hotel gegangen. Hier ist die schöne Pool Area und hier setzen wir uns jetzt einfach hin. Auch wenn wir hier nicht zum Hotel gehören. Superschön hier. Wundervoll. Keine Ahnung jetzt hier, ne? Wie geht's drüber? Boah. Wie gehör ich hin. Einfach schön. Wir haben uns hier gerade jetzt schon ein paar Bahnen gezogen. Wir gucken jetzt mal bei diesem Schmutzclub rein. Ja. Was für eine Kacke da hinten ist. Und wenn es Kacke ist, sind Schäppus. Mal gucken, ob uns was durch die Lappen gegangen ist. Boah, Schmutzclub hier. Geil, schreien, oder? Jetzt seh ich mich jetzt ja mäßig ranne. Jungs, da immer hier durch ist. Kuss. Spring in the Braggle. Oh, Dippe. Püßentfärts. Hier wird jetzt ein B-B-B-B-B-B-Baka gefilmt. Also, wir haben jetzt hier gerade das Video gedreht. Und ich sag euch eins, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Tommy, Dommi, Dommi lädt das Ding gescheit hoch. Schlägereien, Fetzereien, Tworkereien. Äh, wow. Da oben Felsen. Das ist der Wahnsinn. Ich am Film, auf einmal geht eine Fetzerei los, weißt du, das ist so, das ist das Berufsrisiko, was wir hier eingehen. Halt, stopp, ich sehe doch jetzt schon das Kommentar, warum der denn einen Zipper trägt. Ultra verbrannt. Ihr werdet die Ersten, die hier mit Sonncreme Long Sleeve, Hützensleeve, Leute, wir sind komplett zerbrannt. Das heißt, wir mussten das Ding rocken, sonst wären wir jetzt nicht mehr da. Das drüberste der Welt hier wirklich, also. So, wir sind die ganze Zeit Schlägereien, irgendwelche, also Heilige. Also uns hat es jetzt nochmal richtig zerfetzt, ultrafertig wirklich, also noch nie so einen gottesfürchtigen Videodräger. So, nochmal die volle Dröhnung hier am Strand, ganz zufälligerweise wieder beim Model Volleyball gelandet. Leute, Mädchen, Frauen, Volleyball, Model Volleyball, einer unserer neuliebigen Sportarten, wir haben das mal alles abgecheckt, probieren wir es jetzt auch mal aus, gemixt. Wundervoll. So serious, DJ Lars, come on that hot. Er freuert sich nochmal richtig an. Ja, Passa. Wir sind jetzt wieder im Pizza-Laden und wir sind ein gottesfürchtiges Pizza-Slices, Slice in a Slice. Moist in the car. Mai, have a look at that fucking Slice. Das ist, also wirklich, ihr habt keine Ahnung, wie lecker das ist. Das hat mich jetzt 8 Dollar wieder gekostet. Und 8 Dollar kriege ich eigentlich eine ganze Pizza in Deutschland. Sag mal, also drehst du hier nochmal den Motor auf, dann weiter 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 weiter. Komm, probiert heute mal einen neuen Laden aus. Hier waren wir jetzt auch noch nicht so oft. Deswegen immer mal rumprobieren, auch mal was Neues nehmen. Also wenn man hier nicht genau aufpasst, was man sich hier reinschaufelt, dann wisst ihr hier auch, wenn du dir einen Drink holst, was zu essen holst. Ja, okay, mit Strawberries und Nutella. Da seh ich mich sogar fast drin. Aber 9 Dollar 5 auch, ne? Das kippert das mit dem Song. Ihr werdet's mir nicht glauben. Hier in Miami Beach, alles. Ultra-multi-multi-multi-kulti-dulti-teuer. Diesen Arizona. Ja, ich würd jetzt mal sagen, da ist Zucker drin. Sind jetzt, würd ich mal sagen, 0,75. Lass es 0,5 sein. Öcke. Ne Öcke. Ja, hier, hier das. Pink auf Weiß. Und schmeckt wie ein ganz Großer. Wir gehen jetzt nachher nochmal zum Model Volleyball. Ne, weil da ist das Finale und das interessiert uns. Ja, ich komm noch nicht auf den Arizona klar hier für ne Öcke. So, wir gehen jetzt nochmal zum Model Volleyball. Aber nur, weil wir das Video drehen müssen. Die Sonne ist noch am Boomen, wie Metro-Boomen. Ey, es ist so drüber. Komm, wir gehen hier gerade auf das Video. Wir haben hier irgendwie so ein... Wir haben schon die VIP geschafft. Richtig drüber hier. Also wirklich, komplett geistig. Ich will natürlich wieder nicht zu viel spoilern, ne? Jetzt kriegen wir nochmal einen ganz gotteswurstigen Shot in den Killkopf gedraht. Oh, thank you so much. Oh, my name is one, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four, five. So, das ist wie auch noch. Just another TMP. Where are you guys from? In Europa? Germany. Oh, look, look, we get it from here. Ready? You're going. Leute, wir machen den Kappler. Komm, du willst es? Wie süß, die zwei! Ein bisschen cringe ist es, ne? Junge, er wird dir einfach toll auf dem Boot! Da sehe ich mich gerade drinnen! Der hat sie doch nicht mehr alle! Ich weiß nicht, dass es fake ist! Ey, wenn das fake ist, die ficken uns! Warte, lass doch fragen! Ey, Leute, wir haben gerade ein richtig geiles Video gedreht, ne? Für Tom, also ein super Video! Und dann gehen wir nach Hause zum Hotel und hier wirft einer... Machen wir uns jetzt auf der Suche nach einem geilen Football, weil wir wollten schon die ganze Zeit... Kann man mitnehmen, Herr Wurst? Schlecht geworden! Small! Alter, dann wirft er dem wie so ein... Donut Plus bezahlt mit Geld, was wir geschenkt bekommen haben schmeckt doppelt und dreifach! Krass! Wie steppert! Jetzt werden hier ein paar richtig dicke Dinger gefetzt! Noch nie Topgolf gezockt! Geh weiter! Geh näher hin! Geh näher hin! 100x50! Richtig geil, Diggi! Ey, diese scheiß Hose! Gerade ich muss noch ein weitergegen! Hau, guck, 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 guck! Guck mal! Auf dich nach oben! Wir machen weitergegen! Guck, 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 guck! Guck mal! Auch noch, Wer? Oh, da hatte ich leider ein, zwei, drei, aber jetzt habe ich leider noch eine Tasche. Ehm, guten Morgen erstmal zusammen. Ich mache mich jetzt am Weg laufen. Ja, ruhig geh erstmal raus. Zu meinem Spot, wo ich immer das Intro untergehe. Mein Intro-Spot. Also ich sehe zwar leider wieder aus wie ein Voll-Assi und auch richtig drüber mit den Haaren wieder, aber was soll ich machen? Also wie gesagt, geht jeder nicht zum Prisar. Geil Freunde, richtig geiler Tag. Gestern war auch richtig geiler Tag. Ich wollte irgendwas erzählen, ich habe es verdrängt. Hi, das ist meine Truppe aus Deutschland. Schau mal. Sie sehen alle wie Deutschland. Wir sind in Berlin. Egal, hier fühle ich mich direkt rein. Aber die kommen gar nicht aus Deutschland. Scheiße, ich bin völlig verdeppert. Okay, ich renne jetzt. Ich nerbe nicht mehr. Alle gucken mich auch runter runter an. Scheiße, schnell weg hier. Oh mein Geist, hohe wie die Verdeck. Sonne ist coming up. Sie sind weg worden. Ich kann nicht mehr. Ich habe gerade ein gefährliches Tempo drauf. Sonne geht auf. Wunderschön. Ey, männlich. Wenn ich zu Hause bin. Mit einem Sauerstoffzellern. Oh, shit. Da bist du hier beim Laufen gerade fertig. Und dann. Wie scheiße. Oh, hier. Ich dachte, ich kriege sie eine Cola auf. Nein. Schmutzladen. Ähm. Wir probieren heute mal ein neues Sandwich aus. Und zwar ist das hier ein Laden, wo man Sandwiches kaufen kann. Haben wir bis dato noch nie gefärzt. Ich zeig's euch. Und nimm euch mit mit einem Sandwich. Einen ruhigen mit der Familie. Morgens schön frühstücken. In Miami. Osterblume. Gibt euch. Das ist ein kleines Schmutz Nutella. 7 Dollar. Dann kommt der Text drauf und dann bist ihr bei. Ich hab's wieder vergessen. Das war's mit dem netten Vlog. Ich hoffe, er hat euch gemundet. Ähm. Ich weiß nicht, was die nächsten Tage noch geht. Ihr seht's ja. Lasst ein Abo da. Lasst ein Like da. Lasst ein Kommentar da. Wir gehen jetzt Fuppes zocken. Ich wünsch euch einen geilen Tag. WIsch. WUNDKARIBILTE